Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Spieler und dem ersten Hinweis. Er hat an zwei Colleges gespielt. Keith. Das ist korrekt. Junge, Alter, der hat hier Background-Information. Nächster Spieler. Er war mal MVP. Er hat 49 Länderspiele. Er hat sein erstes Profispiel mit 16 Jahren gemacht. Philipp. Das ist korrekt. Ja, Junge, da müssen wir ja reinhängen. Er war am gleichen College wie Detlef Schrempf. Er war Juniornationalspieler. Sein Career-High in der BWL ist 20 Punkte. Er hat 121 Spiele in der BWL gemacht. Martin. Das ist richtig? Ja. Wer weiß denn das alles? Ich weiß nicht, wo Detlef Schrempf auf College war. Norris Mann. Vierter Spieler. Die EWBaskets sind sein neuntes Team. Er war Spieler des Jahres 2014-2015 in der POA. Er hat am College in der… Braden. Das ist korrekt. Jawoll, Junge, Norris, komm. Nächsten habe ich. Ich kann mir die Ohren zuspielen. Jetzt kommt der letzte. Sein Rebound-Career-High ist 19. Carsten Taller. Das ist falsch. Schade. Sein Vater war zweimal im All-Defense-Team der NBA. Er hat den Spanischen Pokal gewonnen. Phil Pressing. Das ist richtig. Ich hab den auf den Punkt gelassen, Kollege. Ah, Junge, ich verkracht. Da hast du einen größten Bizeps oder so. Ich hab mich direkt gebuzzert. Carsten Taller. So ist es. Junge, gerade als ich in Fahrt gekommen bin. Ich hab auch weggemerzt. No, okay. 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 Dann denk ich dir. Okay. Mal gehen wir mal auf. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist.